Ja, äh, äh, leider geil. Erstes und zweites Semester Joost, jede einzelne Stunde, super. Ich habe meinen Kampfgeist. Ja, so? Alle Rollen, die mich herausfordern, sind meine Traumrollen, weil daran liegt der Ehrgeiz. Hey! Mein Lebtag, zufrieden zu sein. Das ist zwar keine Eigenschaft, aber vielleicht eine Einstellung. Das ist ein Scherz! Das ist ein Scherz! Untertitelung des ZDF für funk, 2017